hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von 7 days to die hier mit der hirnsturzbande vor mir steht der wurde jetzt sehe ich auch nicht den namen grüß dich hi grüß dich irgendwo da draußen in dem kleinen häuschen in seiner privatresidenz der fleisch immer guten tag und die junge maid in gefahr in der stadt dieser libti hallo ihr lieben ja wir müssen schnell sein libt die retten jack rennt von hinten los wir von hier kaffee in die kiemen und unser rucksack wiederholen herr budan i feel the nice rush und wir werden die heute meid retten ja das ist schon man merkt heute meid ich treffe den arsch nicht ich habe ihn erschossen in den hinterkopf jetzt kann ich glaube ich raus das ist der moment wo frauen glücklich sind jetzt kann ich raus ich trau mich aber nicht ich sitze hier in meiner ich sitze immer dass das rettungskommando ist unterwegs die drei bilden fünf ich würd halt so ganz die glorreichen drei ich würd hat so gerne den polizisten looten wir haben weil ich sonst ist er dort wir haben sieben minuten 7 29 sieben minuten wir haben sieben minuten und 30 sekunden ich weiß aber nicht was hier noch an an ach gott tu es tu es trau dich spring über den schack oh nein aua schon wieder super fünf sandwiches hatte der fünf ist auf jeden fall geil oh mein ich fertig echt mitkomme nein lauf 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 ich bin gestand lauf 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 ich glaube wir können wieder umdrehen jungs das bringt nichts was sie zurück ich bin draußen schwierig also ihr müsst präsentiert die ein schon da geht die action wir ran hier nur durch den nebel ja ich auch ach wo dann bevor ich dich erschieße was befreundet euch mal genau ist mir jetzt warm bevor ich dich erschieße ja naja so jetzt kann ich hier schießen pam genau direkt bevor du mir hier vor die flinte rennst genau ich glaube ich habe nur heute im rücken ich lauf jetzt nach hause werden wir nach hause wir machen dann mission rucksack hätte den rucksack besten rucksack modern und meinen ja mein schwächlinger sind da gestorben du bist ja noch am leben waren fünf hunde waren 50 und mit solchen zähnen und roten augen das waren die größten hunde die du je gesehen hast sieht ja schon als drachen die urlaubsvertretung für den fleisch haben übernehmen und gegebenenfalls sogar mit uns dann schon die alpha 12 starten wenn die denn dann kommen sollte bevor der fleisch mal da ist aber der fleisch haben wir nicht schlecht erlaubt sich nach frankreich übrigens nach frankreich solltest du beim ikea vorbeikommen bringen wir bitte ein raskog mit der ist dann nämlich 25 euro günstiger als in deutschland was ist das ist ein servierwagen groß wird der sein wo es meiner nein das ist wirklich ein ganz kleines ding ist es ganz ganz kleines ding oder mein rucksack ist nicht da irgendwo vielleicht wir haben gleich wieder heute hier also es täglich größtes moment ist das ding auf dem dach oder wo muss aufs dach kommen wir aufs dach guten tag jungs wir müssen denen helfen oh nein ich bin gestand wo sind die denn erwarten ich habe sie gedingst ja los ich sehe sie glaube ich gleich schießen wie kann man daneben wie kommen wir aufs dach wie wichtiger scheiße wo ist mein rucksack wer ist aufs dach gepackt das ist ein ganz so wichtiges dach da gibt es hier keinen weg nach oben doch gibt es leiter wo außen ja ich sehe keine wenn das die hütte ist wo ich vorhin rein bin dann gibt es hier eine leiter mein rucksack muss unten sein oder in irgendwie und runter aber aber du siehst ihn doch auf der karte also und der hunde und ich bin ganz langsam ich habe keine ausdauer ich brauche hilfe wo bist du und ich sehe den hund nicht vor den der ist im laden drin im laden im laden ist er wo du irgendjemand hat ihn getötet ja das war ich sehr gut wie kommt man hier hoch verflucht der mist ich glaube das ist die andere und hier gibt es keine leiter ja das glaube ich auch das gibt es nicht hier ist mein rucksack hier bin ich auch gestorben ich kann ich habe ich irgendwas habe ich nicht wir müssen nach oben kommen ich brauche die holz ich habe holz hier ist eine leiter innen drin hier bei mir kommt zu mir innen drin oder außen außen kommt zu wund okay erst du hast eine bandage ja ja vorbei gelaufen ist mein rucksack da oben bitte wo kotzt er denn rum scheiße mein rucksack ist auch nicht hier der muss irgendwo drin verschüttet auf dem bodenlicher schwierig hier bin ich übrigens rein hier oben durchs dach dann warst du bei uns auf dem dach ja sag ich doch ich habe mich hier durch durch stoffdach gehauen und bin dann in den laden rein nichts wo ich jetzt irgendwie mit verteidigen kann ich habe keine waffen mitgenommen weil ich davon ausgegangen bin dass mein staff hier liegt ich habe einen crossball er hat mich getroffen mit euch nicht machen okay jetzt nicht runter gehen wir wirklich kann sie nicht erschießen ich habe schon da kommt schon hündchen leg dich hier hin ach schwierig ich habe keine bandage dort hier mit bandagen auch wenn es halt bestimmt eine schruttflug für mich was ist denn hier los auf der straße ja ich glaube die sind wegen mir hier oder wie es so schön heißt meine wegen noch 18 schuss hat nur 96 könnt ihr noch was abgeben könnt ihr nicht lenkt die doch so gut ab könnt ihr was macht ihr eigentlich ich schieße auf die zombies achso okay komm wir hauen ab hier shotgun messiah aber mein ding muss irgendwo sein achso den suchst du noch ja entschuldige bitte noch ein bisschen abgelenkt den suchst du noch nicht geh du mal deinen rucksack suchen die unten sind doch die zombies die gehen noch nicht in die hütte okay ich probier's genau kann ich nicht irgendwie einen spike club machen doch ich habe eisen dabei na kommt schon her jungs alles ist gut wir machen das jetzt hier fuck 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 okay ich nehme den spike club das messer oh hier ist eine dame hier oben hallo schwester hast du zufällig eine kirche dabei ich bin gleich tot warum bist du runter gefahren nee der spucker hat was weg welcher spucker welcher spucker wo ist der ich hab ihn schon tot okay 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 im laden ist ein hund ja ich hasse euch hunde da ist der nächste hund ich komme nicht durch oh zwei ja oh mein gott okay so läuft's dann neben das hier verdient und kein Problem. Was ist denn hier los? Wo kommen denn die ganzen Zombies her? Ja, vielleicht weil ich ein bisschen zu laut war. Oder hundertprozentig wohl eher. Bei euch kommt klar. Oh, 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 oh. Nicht hauen. Ich muss irgendwie meinen Staff finden. Also, kann jetzt eigentlich nur noch sein, dass er am Boden... Ne. Was machen die denn hier? Steigen hier auf die... Hunde, zwei Stück. Ich geh jetzt nur mal hinten rein. Hier am Boden ist der Hund. Jetzt stirbt er. Hat jemand eine Spitzhacke? Egal. Egal. Mein ist was kaputt. Er ist jetzt gestorben. Ne, ne, man. Das hat nur besonders wehtan. Oh, ne. Schon wieder ein Kotzer. Kann doch nicht sein. Kommt die denn alle her. Ne, das ist das Ding. Ich hab keine Ausdauer, weil ich... Verdammt normal. Also, ich bin... Hier ist dann... Ne, hier liegt ein Rucksack, aber das ist nicht deine. Oh, guck nicht raus, Jack. Ja. Ich bin tot. Oh nein, oh nein, ich sterbe, ich sterbe. Was denn? Ich bin ganz so nah dran an so'n Spucker, ja. Scheiße, ich bin mal rucksack nicht wieder. Der Show ist weg. Minyas, wir sind auf uns allein gestellt. Konzentrier dich! Ah, ich kenn das. Kann man nicht hier irgendwo... Ah, quack, 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 quack. Also, ich mach jetzt mal in die Tasche leer und dann komm ich wieder. Minyas! Ja? Komm jetzt! Ich will noch in die Kisten, hier sind ein Handelbar drin. Weißt du, was da draußen los ist? Ah, okay, weg ist es. Dann hau'm halt ab. Ich... Mist, mein lila ne Waffe. Ja, okay, ich komm. Ich hab keine Ausdauer, ist mein Problem, weil ich infiziert bin. Hast du hier... Seventivity, hast du hier... Was denn? Bottle Casings am Laufen irgendwo? Ich hab so'n Stück in der Tasche. Ne, an... Okay, ne, okay. Mach dir ein Spike Lab, oder? Mit was denn? Wir sind noch 19. Ach, wir haben nicht genug. Entschuldigung. Caleb? Nochmal E drücken. Ich mach dir einen, wollte ich sagen. Ach so, okay. Ich mach's dir selbst. Okay. Warte? Wir haben nicht genug Gunpowder. Shit, irgendwas fehlt. Stickies fehlt. Warte, 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 warte. Hast du irgendwo Eisen? Warte, 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 warte. Hast du irgendwo Eisen? Eisen? Nee, können wir nur einstellen. Nee, ich hab nicht genügend. Hier ist noch Eisen. Was brauchst du denn? Doch, hab ich, hab ich, hab ich. Zweig gleich kommt. Holz? Irgendwo Holz? Hier. In der Tasche aber noch ein bisschen. Ja. Sehr gut. Okay, wir müssen uns hier irgendwie rausarbeiten. Ja, da kommt immer mehr. Mhm. Ich mach mir jetzt ein... Okay. Aber ich hab Couch-Teile mitgebracht. Okay. Gehen wir durch? Wir sollten jetzt durchgehen, ja. Ja, da. Spike, klar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achtung, Achtung, Spucker. Spucker. Das nervt jetzt. Wie oft kotzen die denn noch? Ja, die haben zu viel... Hatte ich den Spruch, das hast du dir schon erzählt? Das hatte ich schon erzählt, gell? Na los, komm. Nee, den hatte ich letztes Mal, glaub ich, schon erwähnt. Ich wüsste jetzt nicht, was... Manchmal möchte man Kannibali sein. Denn du kannst gar nicht so viel fressen, wie der kotzen möchte. Nee, bei manchen Leuten möchte man einfach Kannibale sein, um... Nee, man möchte bei manchen Leuten Kannibale sein, einfach nur, um sie zu erbrechen. Oder sowas. Wieder auszukotzen. So rum. Ich glaub, das hast du nicht im Let's Play gesagt. Ich glaub, das hatte Gründe. Äh, okay. Ich hab keine Ausdauer, oder? Greiße. Ja. Aber ich trink noch was. Trink noch einen Kaffee in der Tasche? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Seid ihr zu Hause, ihr wart beide tot, ne? Ja. Aber ich bin nochmal ganz hart aufm Rückweg. Ja, dann bleiben wir hier. Vendetta! Biene, Biene, Biene hinter dir. Ja, genau. Vendetta! Mit Spike Klapion. Was kann der eigentlich? Ist der gut? Äh... Entity Danish 20... Ja, es geht so, aber es ist halt... Wird besser sein. Also meiner ist jetzt gut, also er ist gelb. Welche Farbe hatte deine? Einen hab ich orange für mich hergestellt, für Wodan gelben. Und wie war der Wodan? Gelb ist gut. Gut? Also das gelb gut ist, aber... Schwierig. Okay, wärs ausgeregt. Genau jetzt. Jetzt wäre es ausgeregt. Hier liegen eure Rucksäcke noch hier. Okay, blöd. Kombo dann, guck mal. No risk, no fun. Nehm Ben dann aber rechts rum, oder? Rechts, wie hinten hoch. Wär doch besser! Falsches Let's play. Falsches Let's play. Falsches Let's play. Falsches Let's play. Na komm her. Ach, das ist ein anderer Laden. Ah, okay. Gut. Das ist ein anderer. Ehh... Stimmt. Ich hab auch keine Axt, um hinten die Tür mal zu öffnen. Warte, ich hab ne Stein Axt. Ich hab ne Stein Axt. Ich hab ne Stein Axt. Ne, ne Pickaxe, ne Pickaxe hab ich auch. Da schlag ich eher die Wand ein, dann ist die Tür. Warte. Ach, ich hab jetzt die Wand. Ja, wir brauchen nur noch einen. Stimmt. Moment. Moment, die sind schon gelootet, also waren wir schon mal drin. Ist das der gleiche? Moment. Ich entsinne mich. Hier sind noch andere Spieler. Moment. Ja, genau. Auf dem Privatserver. Kombiniere. Okay, wir müssen hinten raus. Vorne ist nicht offen. Hä? Waren wir schon drin? Wie sind wir denn hier reingekommen? Ach, über die Decke dahinten seh ich das Loch in der Decke. So, wo sind wir? Da müssen wir lang. Mann, aber dass dieser Rucksack weggepackt ist, verstehe ich jetzt ehrlich nicht. Gibt's da einen Keller in diesen Dingern? Ne, gell? Neben Schottgermessire und so weiter gibt's keinen Keller. Nee, gibt's nicht, ne. Ich glaube, ich hab jetzt gleich eine Horde im Arsch. Hast du wieder irgendwelche Dummeinnehmer? Ich mach gar nichts, ich bin nur in der Hütte. Wollen wir in die Hocke gehen? Ich glaube, wir gehen mal in die Hocke, ha? Ja. Ja, ich glaub auch. Safety first. Hab ich noch ne Tablette? So, ich hab jetzt gar nichts zum Schießen. Ach, stimmt. Scheiße. Vielleicht kannst du was reparieren oder oben in den... Doch, ich hab hier irgendwo meine... Oben sind auch noch Waffen in den Kisten. Ich hab hier auch irgendwo noch ein... Ah, direkt vor der Tür. Airdrop. Airdrop. Und? Wo ist er denn? Ich hatte doch... Da ist er. Da vorne ist ein Hund. Ne, da vorne ist ein Hund. In die Richtung ist direkt ein Hund auf... Ja, dort. Ich darf nicht einmal... Ja, der ist in der Stadt, der landet. Oder der landet in der Stadt. Ja, der landet in der Stadt, aber... Ich glaub direkt über mir. Vorne auf der Gasse ist ein Hund, da hab ich keinen Bock drauf. Wir brauchen Tabletten. Jens, absolut. Wo ist denn mein gebrauchter Dings hin? Bist du wieder in der Stadt? Oh mein Gott, die Tür ist offen. Der Deputy, bist du wieder in der Stadt? Nein, ich bin in der Hütte. Ich hab hier eine Horde am Arsch. Okay. Die finden uns überall. Die werden uns überall finden. Wir sind da so sicher. Nein, da sind ja Worte da. Das gibt's ja wohl nicht. Ich hab nix gesagt. Mein lila eine Feuerachse ist auch hier da drin irgendwo. Warte mal hier, Bruder, ich geh nochmal rein. Das geht nicht. Das ist unser Verderben hier drin also. Okay. Äh. Hallo? Ist das schon jemand? Ne. Ne, man kommt hier nicht. Ne, warte. Hä? Ich bin zu fett. Irgendetwas stirbt da draußen. Ne, ja. Der Hund ist in Sturm jetzt. Wo graben die denn bitteschön? Pass auf, mein Rucksack muss hier eigentlich im Boden liegen. Ich glaub die graben die sind kaputt. Ich krieg den Stein nicht weg. Oh mein Gott. Ist der vielleicht über dir? Also über dir ist er nicht, ne? Ne, ich war auf dem Dach. Ich weiß nicht. Gibt's hier noch ein Zwischenstück? Ein Schniffelstück? Ein Schniffelstück? Ein Zwischenstück. Ein was? Ich hoffe immer noch den Handelbar- und SMG-Bauteil. Hier wo dann? Den Boden hier. Dieser Boden, ja. Wo denn? Hier und zwar hinten. Hier muss eigentlich, guck mal. Genau hier muss mein Rucksack liegen. Also laut Map ist das hier gewesen. Ich bin auch hier gestorben. Und ich glaube, dass das hier aus Stein ist. Kann man das wohl weg machen? Ja. Und? Nein, mein Rucksack ist nicht da. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich versuch schon mal E zu drücken. Der liegt unter dem Schreibtisch. Laut dem. Den kriegen wir doch nicht kaputt, ne? Wir graben alles nicht. Der ist bestimmt kaputt gegangen wieder. Warte mal. Warte mal. Ich hab das jetzt ein bisschen mit dem Ding hier leichter gehen. Macht auch weniger Krach. Ja, ja. Merk schon. Nee. Also hier genau an dieser Stelle, die müssen für den Rucksack liegen. Oder ist hier eine doppelte Decke drin? Die Decke muss weg. Ja. Die Decke muss weg. Ich kann das sagen. Ich kann das nicht sagen, wer kann das sagen, wenn du das nicht kannst. Hä? Hier ist nichts. Nee. Ach shit. Nee. Der ist weg. Mann. Okay. Was denn? Ist gut. Ich hab die nicht tot, die kriegt die Frau. Ich guck noch das letzte Mal. Wir brauchen unbedingt Tabletten hier. Wir brauchen Öl. Tabletten. Habe ich nicht. Öl. Okay, hier. Dann ist es hier drin. Warte. Wer kriegt's Knöcheln? Das macht da alles auf. Ah, hier ist ein Rucksack. Hier ist ein Rucksack. Ja, hier liegt doch ein Rucksack. Mensch. Das ist nicht meiner. Quatsch. Das ist jetzt nicht. Das ist irgendjemand anders, der ein Dipli wahrscheinlich nicht hat. Meiner ist auf dem Dach. Ja, den hab ich genommen. Ist jetzt nicht wahr. Nee. Nee. Nee, genau hier ist ein... Hier irgendwo, wo ich genau stehe, ist er. Oh, ich bin bei nem Rucksack. Der ist kaputt. Der ist weg. Ach man, lila ne Axt. Lila ne Waffe. Alles scheiße. Ja, kriegen wir aber wieder. Das ist ja jetzt... Nee, ich kann es nicht mehr. Nee, der Druck. Weißt du, was die Zombies machen wollten? Die wollten sich nach unten buddeln. Das wollten die? Die wollten sich nach unten buddeln. Die haben ja voll das Loch gebuddelt. Nee, jetzt im Ernst. Die Schweine. Ach, Quatsch. Voll das Loch. Die wollten zur Hitze. Die wollten zur Hitze? Hitze? Ja, zu den ähm... Meinst du Hitze? Hitze? Zu den Hitze? Ihr seid doof. Hier, die kommen hier wieder. Sie kommen wieder. Sie kommen zurück. Die werden uns alle töten. Alle! Die kriegen wir uns. Hallo Jungs. Na? Alles klar? Nee, das war nicht so gemeint. Das ist eure Stadt. Verstehen wir? Ich hätte gern meinen Rucksack wieder, du Assi. Der brennt doch eh schon. Der brennt für die Aufgabe. Ich bring mal ein bisschen Gunpowder und Bullet-Tipps mit für Patronen. Nein. Ich hab auf die Brust geschlagen. Das fand ich nicht gut. Gunpowder. Also, Gunpowder wär jetzt an sich schon wichtig, ja. Wo bist du hin? Gunpowder hab ich in der Tasche, ja. Wie viel denn? 434. WTF, wo heißen die hier? Ah, das Knacken ist schön. Bei dem Zombie seinen Genick. Knacken muss es. Ah, die... Schön die Brücke gemacht und das Rückgrat gesporsten. Äh... Mortal Kombat? Ja, genau. Können wir dafür die Pair Kids gebrauchen. Ey, unentspannt. Wer spuckt, hat Unrecht. Kannst du mich beschützen? Äh... Negativ. Danke. Renter? Wo rennt er? Ne, er ist schon tot. Da ist noch einer. Na klar trifft er. Na klar trifft er. Oh, fuck. Nein! Kannst du mal einfach... Nein, gleich nicht mehr. Oh, Minjas. Jetzt bin ich auch gestoppt. Ist jetzt nicht wahr, oder? Weil ich da hingesprungen bin wie ein Beklappter. Nein! Seid ihr jetzt wieder tot? Ich bin ja alleine. Ja. Ich bin aufm Weg. Ich hab nen Pfeil in der Hand. Das genügt mir. Warum hast du nen Pfeil in der Hand? Ich hab keine Ahnung. Ich hab genug Platz, soll ich eure Sachen mitnehmen? Ja, pack einen. Komm, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Bringt nix. Ja, ich hab ja nix zu verlieren. Nix zu holen. Was Wodan in der Tasche hat, können wir eigentlich hier lassen, ja. Ne, ich hab nix in der Tasche gehabt, was ich wohnt. Ne, Wodan. Weg, nimm das mit. Oh. Weg, nimm das mit. Zehn. Ich blotier jetzt hier aus. Das bringt dir alles nix. Wodan, 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 wodan. Alter, voll. Mal durch zurücklaufen, hier soll ich jetzt nicht in die Stadt kommen. Also, ich hab jetzt die Sachen, die ich holen wollte und... Also rettet ihr mich nicht mehr, weißt du? Und geh jetzt nochmal in den Shotgun-Messer, ja. Genau. Nimm den Slav mit, das bringt dir nix. Außerdem sind wir am Ende einer Folge. Das war jetzt die zweite Folge ineinander, wo der Tod und Teufel... Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es wird Zeit, dass die Alpha 11 kommt. Alpha 12. Und dann auch noch die Alpha 12. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Seven Days to Die wieder. Und zwar schon morgen. Morgens ist der Sonntag. Und es wird kurze Schweigeminut für den Fleischhimmer. Die letzte Folge sein. Oh nein. Oh nein. Aber ich will nicht. Aber Hasi. Drei Wochen später haben wir uns wieder. Okay. Uns alle. Jetzt musst du stark sein. Also, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Leider war es mit Tod und Teufel selbst. Ich hab ein Pfeil in der Hand, das langt mir, um so alle Platz zu machen. Ciao. Oh mein Gott, ein Polizist. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.